Na nun, was ist mit der Sängerin Kerstin Ott los? Lange hat man nichts von der Sängerin gehört. Kerstin Ott hat sich bewusst für ein paar Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um neue Energie zu tanken. Sie wollte mehr Zeit mit ihrer Familie, ihrer Frau Carolina und ihren Haustieren verbringen. Fernab von allen TV-Rummel und der Presse. Vor ein paar Wochen hat die Sängerin sogar ein großes Projekt in Angriff genommen, das sie sogar ganz alleine durchgezogen hat. Kerstin Ott ist zum Wandern nach Portugal gereist. Von dort aus startete sie mit dem Ziel Sagres die Wanderung. Diese starke Leistung schaffte Kerstin in nur 8 Tagen und 155 Kilometer später. Nun ist sie zurück in Deutschland und trat bei der Schlagernacht des Jahres in Hamburg auf. Mit ihren Hits sorgte Kerstin für gute Stimmung. Doch bei dem neuen Song Mädchen brachte sie ihren Auftritt plötzlich ab, denn die Sängerin stieg völlig falsch in den Song ein. Dann entschied sie sich, das Lied von Anfang an zu singen. Das Publikum reagierte gelassen auf diesen kleinen V-Paar. Sie applaudierten der Sängerin sogar dafür, dass sie es ehrlich und gelassen genommen hat. Nach einer so großen musikalischen Pause kann so etwas natürlich passieren. Bis Ende des Jahres hat Kerstin jedoch Zeit weiter zu üben, denn dann beginnt ihre große Bessort-Tournee. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr die Sängerin findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017